Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Clash of Clans, yay! An alle die so gerne Clash of Clans haben, müsst ihr euch freuen, weil das ist... Ich hab jetzt sofort... Ich mach grad sofort eine zweite Folge, weil ich grad mal nur ein bisschen Zeit habe und ich weiß wie spät es ist. Okay, ich hab auch ein bisschen Zeit. Es ist Zeit, ich kann nicht mal Zeit sagen. Das zahlt man sich natürlich. So ja, dann greifen wir auch sofort an. Die letzte Folge hatten wir ja als Nachricht, also als Beschreibung. In der Beschreibung hatten wir ja gute Angriffe, coole Angriffe. Och nee, Mann. Okay, das war grad nicht so geflucht. Ja, bitte nochmal laden. Es ist grad abgestürzt. Leider. Och nochmal, finden wir nochmal ein Kampfi. Kampfi-Dampfi. Dann geht das ja schön. Gittert ja schön, was weiß ich, na geht das ja schon. Wir haben doch schon mal keinen Krieg gemacht, aber leider haben wir immer noch nicht genug Players. Und ja, deswegen... War es wohl doch nicht so gut. Natürlich der Intro, da kommt ja auch nicht wie jedes Mal. Letztes Mal. Ich hab beim Infovideo eigentlich schon der Intro schon gemacht. Nur das Problem war, ich hab außerdem zweimal hochgeladen. Und dann ist mir passiert, dass ich genau das gelöscht habe, wo der Intro drinnen war. Und das konnte ich dann nicht wieder einsetzen da. Und das war da ungefähr ein Problem. So, ich weiß jetzt nicht, wen ich angreifen soll. Dann wollte ich wahr sein hier. Nein, diesmal gibt es keine coole Angriffe. Nein, diesmal gibt es keine coole Angriffe. Also, du willst mich verarschen. Oh mein Gott, wie geht das schon wieder los? Oh man. Hier ist Rathos draußen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wo auch noch so ein dunkles Elixier draußen steht. Ne? Okay. Hier ist aber auch ein ganz schön fett dummes Elixier, wie ich gerade sehe. Raut euch das dunkle Elixier, Leute. Ja. Oh. Da geht das Berg auch ab. Äh, die machen irgendwie schon zu viel kaputt, glaube ich. Okay, das war ich jetzt. Okay. Hey. Ich hab' ich gesagt, ihr müsst das Ganze kaputt machen. So, jetzt bin ich froh, es haben wir noch mehr gekriegt. Wir haben ganz volles Lager fast. So, wir werden nochmal angreifen. Das macht, das macht ja so Spaß. Findet ihr euch auch? Nein? Nein? Und wenn ihr kein dunkles Elixier Lager... Also, ich weiß, kein Lager... Was ist schlecht? Was sag ich überhaupt hier? Lager. Ich hab' ein dunkles Elixier Lager. vielleicht ist er ja draußen wo er in der mitte ist rein wenn du das rathaus erst mal an also das ganze kann man gar nicht an das rathaus eben ok ja für trophäen das heißt nicht man immer auf angreifen und wir gewinnen nur hier sieht natürlich auch daran weil wir draußen greifen also nur die wo draußen sind greifen wir hier immer so schön fett drinnen ach man so richtig strecken kann ich kann ich ungestört auf meinen desktop machen also auf dem desktop und ein riesen computer habe ich hier vor ok der drei dummes elixier der bringt mir ja sehr viel was nicht dein ernst oder doch das schwer also ich habe es tut mir leid ich habe echt keine ahnung was das hier sein soll ich kann es nicht mal verstehen so schlimm ist das hier nicht dein ernst ich habe auch noch ein rathaus zähler angegriffen ok danke nochmal für das geschenk ich danke dir sehr dolle für 300 dunkles elixier aber ich möchte gerne mal wissen ich zeige euch doch mal den angegriffen wenn ihr es nicht richtig gesehen habt was war das was war das denn also es gibt zwei sachen warum er drei lachen sogar warum er schlecht ist er stellt seine barbaren könig draußen seine brutschützerinnen auch verteidigt hier nicht so doll hat schwelle hat schlechte mauern hat gerade sein mit zehn habe ich keine ahnung warum mauern sind schlecht alter schwede alter so schlecht so schlecht Oh mein Gott, ich freue mich schon erst gar nicht, wenn man mich angreift. Okay, ich gehe weiter angreifen. Bang, bang, kannst du ihn nennen. Aber ich, also im Computer finde ich irgendwie mehr als drin, also ich meinte im Computer und da finde ich bessere, was sag ich denn da, bessere Gegner als hier auf dem iPad, was ich hier habe. Da findet man ja, also iPad Mini. Ach, willst du mich jetzt verarschen, ja. Ich muss mal ganz schön gucken, wie lange noch, erst noch die Folge geht. 8 Minuten, das ist ja erst ganz kurz. Wir werden die Folge maximal bei 15 Minuten. Das heißt... Okay, ich dachte jetzt schon. Wir trinken noch ein paar... Wir trinken noch ein paar Bullen... Bullen aus. Truppen... Wir... 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 Wir zernieren einmal pro Truppen. So jetzt. Ihr fragt das bestimmt, hör, warum nützt ihr so wenig Zaubertränke? Nützt schon viel Zaubertränke einfach nur nicht jetzt. Jetzt bin ich grad bei einer Trophäensammlung. So, die solche Leute, die diese hier angreifen. Aber ich hoffe nur an, da wo der Rad aus draußen steht, deswegen... ich... Egal... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Alter, komm schon. Komm schon! Nichts. Die andere Folge ist, glaube ich, jetzt gerade fertig. Ich weiß nicht. Na, gucken du dich jetzt bestimmt nicht in der Aufnahme. Oh. Schade, dass ich so wenig Truppen habe. Dann könnte ich diesen ja flatt machen. Alles eine Falle, ich kenne das. Oh, Mann, das ist echt schade. Nee, oh, ich weiß nicht, wie schade das jetzt ist. Ich habe einfach mal nicht genügend Truppen. Generators Drüsen. Ja, aber mein Romankönig, ich habe das nicht an. Dieser eine Chip, der vorhin angegriffen hat, hat er bestimmt gehackt. Vielleicht. Oder vielleicht war das eine schlechte Barz. Ich bin so hungrig, ich muss gleich was essen. Äh, also nach der Freude natürlich. Ich weiß gar nicht, wie ich mich gerade aufrege. Also, ich gehe ganz schnell raus, damit ich mehr Truppen wieder habe. Wenn ich mal so einen Overporten angreife und keiner geht mir irgendwie Truppen. So nervig. Nee, ich will es nicht rausstellen. Oh, Schlaumeier. Oh, Schlaumeier. Oh, Schlaumeier. Ich weiß nicht. Oh, Schlaumeier. So, ich weiß gerade nicht, hier, warum wir immer rum suchen. Also, jetzt ernsthaft. Warum sind die Mauern auf Level 1? Warum sind die Mauern auf Level 1? Oh, ich verstehe. Also, ich spiele einfach nicht. Okay. Ist das kaputt? sechs trophies und die waren nur 900 gekriegt okay so schlechteres rathaus ich habe mein bestes ergebnis ist 1000 1385 ist es mein bestes ergebnis ich brauche der erste ich bin der erste 1475 ja gut dass ich der erste deswegen so war ein paar chance griffe mit und leider geht das ja nicht ganz kurz knacken war zu kurz so das mache ich wahrscheinlich raus ja guck mal hier aber das aber das ist das gehe ich nicht also rathaus 8 damit gar keine also mit gar kein dunkles elixier das ist echt peinlich irgendwie geht mir das auf den sack hier wissen warum ich überhaupt hier immer drücke ja weil wenn ich mal ich will mich aussehen mal hier gehen glaube oder sowas wenn du dich immer hier auf die lüfe kann ich auch da drücken okay ich habe das schon damals draus aber jetzt ist egal also whisky Ach du Kököse, nervig. Boah, das finde ich einfach nur einen Angriff, möchte ich mal machen, aber einfach auch über die Folge, ich hab's ja Hunger. Es knallt schon. Komm schon, komm schon, ich mach einen Angriff. Bitte, bitte. Einfach, ich will aber noch ein Silbergold 3 schaffen. Komm schon. Ich kann nicht mehr. Hier. Oh Mann. Natürlich hat er genau seine Mitte gestellt. Oh, wo ist der Ratus immer in der Mitte? Ich wünsche mir sehr gute, einfach nur der Ratus halt draußen sein. Ja, nicht solche. Jetzt reicht's mir langsam. Komm, Mann, noch ein Angriff. Kann nicht sein. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh, mit Pettikop alles. Oh ja. Oh, jetzt ist der bei Weißes her. Oh, das dachte ich mir. Wisst ihr, wie ich das wusste? Uh, dann bist du da ran. Ich muss mich doch verhorschen. Ich hab eine Sprung voller. Mal ran zoomen. Seht ihr hier? Die große Sprungfalle. Seht ihr hier? Da hat sie aber tatsächlich geschafft. Früher hießen die Teller Eisen. Oh, Teller Eisen. Noch einen Eindruck machen wir. Oh ja. Oh nein. Schade. 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 So schade, schade. Schokolade, ey. So schade, schocky. Was? Nein, Rathausen. Mann. Kann doch nicht wahr sein. Ey, noch fünf Versuche, da kann ich nicht mehr suchen. Ach, geht doch. Oh, das ist nichts Böses. Ich höre das dunkle Elixier hier unten noch schnappen. Weil ich Bock habe. Ich höre die Böses habe ich nur zurückgegangen. Oh, nee. Oh, nee. das ist klug für die barbaren irgendwie sorgen wenn der barbarenkönig zu nahe kommt ich hoffe wir schaffen das noch mit der barbaren ihr schafft das ihr drei alle zusammen ihr schafft das ich glaube an euch ich schaffe das ich glaube wirklich an euch kommt bitte bitte ich glaube an euch bitte 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 ich bin vier barbaren bitte 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 ja perfekt nee war nur noch eine einzige torfähe ach die weiß was die machen wir noch hier ich gebe wirklich gar keine juwelen aus der morgen ist mit sauber gemacht hätte wer auch nicht so gut wie wir haben so verweist aufgefüllt weißt du was egal leute egal wie viel zu viel haben wir jetzt 30 oh das reicht ich weiß nicht dass wir da noch bereich ich weiß nicht, dass wir da noch mal reich komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon egal, ich will nur eine zu viel, ja okay, leute okay, leute ich denke, ich will gerade über meine zukunft nach, wie das da sein wird so, wir sind gold 3 geworden hurra ach du heiliger Bodensack gerade mal so gut geschafft hier ich will mal den gucken, der eins oben ist, wenn wir den suchen so ja okay, der ist ja fast so wie ich der hat 8000 drinnen okay, das war's dann auch für diese Folge also dann tschau leute und bis zum nächsten Mal also nächsten Mal natürlich tschau tschüss tschau mit v tschau 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 tschau